Hallo Leute, hauptisch Freunde, da wir ja eben gerade schon einen kleinen Lehrgang in der Herstellung von Jackbaits bekommen haben, will ich euch jetzt eine ganz ganz neue Methode zum selektiven Hechtfang vorstellen. Das geht also ganz einfach. Man braucht als erstes eine abgetragene Socke und ein Stück monophiler Hartmonoschnur. Der erste Arbeitsschritt wird sein, in diese Socke einen gewissen Rassleffekt zu bringen und das nötige Gewicht zu kriegen. So, das ist also jetzt hier das Köpfchen. Das wird hier mit dieser hart monophilen Schnur zusammengeknotet. Und schon hat man einen herausragenden Köder. Das war alles. Fertig. Ohne Haken. Ohne Haken. Und die Hechte, die sind sehr selektiv, da sich die Hechte mit ihren Fangzähnen hier in diesem Gewebe festhaken. Wie heißt dieser neuartige Köder? Die Wollsocke. Ich kann noch gleich mal die Lauf-Eigenschaft demonstrieren. Feuchte Bär. Weiteres gleich im Praxistest. Sieht aus wie eine riesen Kaulquappe. So, nachdem wir jetzt hier diese Gokshil-Socke zurecht gebaut haben, kommt sie auch gleich zum Einsatz. Dafür ist natürlich stärkstes Gerät erforderlich, da mit sehr, sehr großen Fischen zu rechnen ist. Deswegen verwende ich jetzt hier eine Jackbait-Rute in der Länge von 1,95 Meter und sehr starke, geflochtene Schnur. So, zur Demonstration des Laufverhaltens. Ähneln original einer großen Kaulquappe. Moment. Gleich nochmal im Flachwasserbereich. Ganz wichtig, der Aufschlag. Das reizt. Das reizt. Die großen Kaulquappe.